Hi, hier ist Kiki. Heute mache ich einen superschnellen kalorienarmen Sommerdrink. Ich trinke den jetzt seit Tagen. Habe ich so zufällig mal gemischt, weil ich hatte nämlich mal einen alkoholfreien Sekt und da habe ich gedacht, wie könnte man einen alkoholfreien Sekt machen? Und da bin ich darauf gekommen, dass das eigentlich nichts anderes ist oder dass das nicht anders schmeckt, als wenn man zum Beispiel einen weißen Balsamico mit Mineralwasser zusammen mischt. Ich habe hier einen weißen Balsamico. Ich glaube, der ist vom Aldi. Den mag ich sehr gerne. Den mag ich auch total gerne im Salat. Und ein Mineralwasser und was ich noch zusätzlich rein tue, ist Pfefferminze und zwar Mojitominze. Da gibt es wirklich unterschiedliche Minzarten und die Mojitominze, die schmeckt auch schon sehr kräftig. Ich nehme das Wasser, gebe ein bisschen von der Minze rein, zwei, drei Blätter. Ich nehme die Mojitominze, die ist wie gesagt sehr aromatisch und einfach so ein, zwei Esslöffel von dem Balsamico dazu. Je nach Gusto und eiskaltes Sprutzelwasser. Das war's. Eiswürfel können dann natürlich auch noch reintauen, vor allem Crash-Eis. Das schmeckt dann natürlich besonders gut, wenn ihr vor allem diese Minze im Crash-Eis so ein bisschen rein drückt. Das schmeckt so was von frisch, hat fast null Kalorien. Ich trinke das immer zu, weil was heißen wir einfach zu langsam. Das war's schon. Bis dahin. Hohe Kiki.